Hallo mein Name ist Ronald Müllberg, Business Unit Director für Adidas Eyewear. Ich freue mich euch hier in unserem internationalen Headquarter in Linz Österreich begrüßen zu dürfen. Hier in Linz werden Adidas Brillen nicht nur entwickelt und designt, sondern auch produziert und ich möchte euch daher auf einen kleinen Rundgang durch unsere Produktion einladen, in dem ihr die Entstehung einer Ibla Ivo hautnah miterleben könnt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.